hallo ihr lieben herzlich willkommen heute zum siebten workshop tag heute geht es um die komfortzone wir hatten ganz tolle themen schon gehabt letzte woche und diese woche ja wo es um die selbstliebe ging also die acht säulen der selbstliebe unerschütterliche selbstliebe zu entwickeln wir hatten diese acht rollen und ganz viele andere themen ihr habt sicherlich schon die aufzeichnungen alle gesehen und die jetzt nicht live dabei waren und ja was braucht es denn ja damit ihr das denn alles denn auch erreicht diese selbstliebe diese unerschütterliche selbstliebe dass ihr auch mag ich anziehend und unwiderstehlich in beziehungen werde ich weiß viele mögen dieses böse wort ja viele mögen dieses boot böse wort nicht komfortzone erweitern aber es hat einen vorteil weil wenn wir unsere komfortzone erweitern ja und wir auch ein warum haben warum möchte ich das auch machen damit wir auch motiviert sind weil meistens haben wir so einen inneren schweinehund der uns gerne oder ja der uns gerne da hält wo also im alten bekannten immer festhält was ja was man schon kennt oder ja das ist einem sicher und wenn man jetzt da in die komfortzone ausdehnen muss und da rausgehen muss ist das große unbekannte und dann kommt man quasi in die angstzone rein ich werde dann gleich auch noch mal ein bild mit euch teilen dass dann viele angst bekommen panik bekommen was erwartet mich da es kann alles unterbewusst passieren es muss eigentlich bewusst sein aber unterbewusst passiert da sehr viel also wir werden ja auch sehr gelenkt von unseren inneren kindsthemen oder von unserem unterbewusstsein die die kolm wird natürlich nachher noch mal aus energetischer sicht gleich auch noch mal was erzählen mit komfortzone erweitern einiges auf den lippen hast du schon einiges auf den lippen genau sehr gut ja auf jeden fall ja aber kann kein wachstum stattfinden ist es halt so die seele wünscht sich den wachstum und wenn man jetzt sich auch vorstellt ein schmetterling also nach denen auch eine raupe ist der im kokon in diesem dunklen ist ja wäre ja auch nicht glücklich wenn es denn gar sein leben lang nur im kokon bleiben soll er ist ja nicht da dazu ja er kam ja nicht hierher um nur eine raupe zu bleiben oder nur im kokon zu bleiben sondern um sich zu entfalten sondern schön schmetterling zu werden und da muss man dann halt auch die komfortzone erweitern dafür kriegt der schmetterling den schönen preis die schönen flügel dass er so schön ist und ja ihr dürft euch auch fragen was ist euer warum ja natürlich ist das auch manchmal auch arbeit aber wenn man ein warum hat ja und es ist halt so zum beispiel wie beim bei der ernte ohne dass man irgendwas seht kann man auch nichts ernten ja also ihr dürft schon die arbeit machen damit ihr auch ja das was auch immer ihr euch wünscht viele wünschen sich ja natürlich jeweils darum geht um beziehungen magisch anziehend und unwiderstehlich für eine gesunde beziehung auf augenhöhe zu sein und seid so dass ihr den preis bekommt wenn ihr eure komfort zone erweitert und manchmal ist es halt auch schwierig da alleine rauszukommen aber dafür sind auch nicole und ich für euch da weil manchmal kommt man in diese angst zone und traut sich dann nicht mehr weiter und da ist es auch sinnvoll ein coach an seiner seite zu haben oder die nicole die energetisch arbeitet und von allen diesen energien frei macht die einen auch hindern aus der komfortzone raus zu kommen und ja und und aber es ist wichtig du kannst die entscheidung treffen ich glaube aber du wirst letztendlich nicht glücklich werden wenn du immer da bleibst in dieser komfortzone wo du nicht hingehörst ja das leben ist wachstum alles in der natur ist wächst und was nicht mehr wächst ist das stirbt jetzt in der natur baum pflanze es möchte alles möchte wachsen und gedeihen und sich entwickeln und genauso ist es mit der seele aber da kann die nicole gleich nachher sicherlich mehr erzählen die der seele möchte sich auch im fall entfalten und nicht stagnieren ja aber du hast dann die entscheidung manchmal kriegst du auch einen arschtritten schubser von der seele mach jetzt mal komm jetzt aus dieser komfortzone raus da wird die nicole sicherlich noch mal mehr erzählen aber du dann auch die entscheidung treffen ja und und ich kann halt die auch nur empfehlen hol dir dabei hilfe weil oft ist es wirklich schwierig sich alleine zu motivieren und man weiß gar nicht wo fange ich an wo höre ich auf oder da kommt die angst hoch kommen ängste hoch ich würde gerne bild teilen oder willst du noch vorher was erzählen oder darf ich erst mal dieses bild ich lass dir erst mal viel früh okay okay genau ja ich teile ich hoffe das klappt gut du sagst mir gleich auch das gut ob du das sehen kannst nicole jetzt sehe ich uns im doppel ja wir sehen aber gut aus so übereinander ich muss mal gucken ob ich das hier verschieben kann ja genau hier seht ihr ist das gelbe ist hier die komfortzone es ist hier dieses ist uns sicher wir wissen was uns hier erwartet und wenn wir hier rauskommen das macht uns dann angst da kommen die angstzonen ihr seht hier stagnation langweile anscheinend von kontrolle ihr seht auf der rechten seite steht auch panikzone oft ist man hier auch in der oder hier in der angstzone kommt man in die prokastination oder findet entschuldigungen manchmal reagiert auch der körper auch man kann da auch körperlich darauf reagieren das habe ich auch schon bei einigen gesehen dass wenn der körper plötzlich krank wird oder sonst irgendwas ja weil man dann plötzlich panik bekommt weil man nicht weiß was erwartet einen auf der anderen seite ja und und unser unterbewusstsein kennt das alte und hat angst oft vor neun aber das neue kann auch richtig oder wird auch richtig schön sein hier fokus auf probleme und hürden hat man in der angstzone geringer selbstwert und wir dürfen diese komfortzone aus den in reihen erst mal in die lernzone ihr seht ihr erlernen neuer fähigkeiten es können jetzt auch so sein du erlernst jetzt selbstbewusster zu werden mehr selbstvertrauen zu entwickeln und ja ängste zu transformieren und 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 aus ihr seht ihr chancen erkennen herausforderungen annehmen ihr nehmt die herausforderung an und packt die herausforderungen auch anstatt was viele dann halt machen aufgrund von inneren kindsthemen dass sie in der vermeidung sind das ist auch wieder komfort und angstzone dass sie dann in dieser vermeidungshaltung sind oder unterbewusst gesteuert werden dinge zu vermeiden ja ihr seht hier dann kommen wir irgendwann mal in die wachstumszone da wollen wir euch auch hinbekommen sind bedeutung ambitionierte ziele visionen motivation selbstentwicklung talententwicklung können hier auch andere sachen sein wie berufung leben ihr kommt dann quasi hier in die beste version eurer selbst da hatten wir auch schon darüber gesprochen über die beste version eurer selbst und ihr könnt auch nur zur besten version eurer selbst werden wenn ihr eure komfortzone verlasst und wenn ihr auch diszipliniert seid ja und da fehlt auch fehlt auch viel diese disziplin und findet ist die disziplin braucht man auch ein starkes warum und manchmal hat man auch kein warum weil da auch wieder innere kindsmuster sind oder auch auf seelischer ebene irgendwas da ist aber ich glaube dass man uns wieder sieht ja und es gibt halt viele viele gründe warum wenn man kein warum hat zum beispiel ja können jetzt sein innere kindsthemen dass man sich irgendwie klein hält oder auch ahnen themen dass man sich immer in der ahnen linie klein gehalten hat und man sich nicht traut da aus ja aus diesem schema da rauszukommen und oder unterbewusst läuft viel ab oder auch auf seelisch energetischer ebene läuft dann auch viel ab was uns verhindert dass wir unsere ja von der raupe zum wundervollen schmetterling werden und aber wie gesagt wenn du jetzt was schönes ernten möchtest sei es jetzt eine tolle beziehung auf augenhöhe ist es so als wie eine ausbildung die viele durchmachen und dafür kriegst du einen schönen preis dann am ende wenn du dann ja der preis ist jetzt nicht nur der partner am ende machen 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 es viele aus motivation weil sie eine schöne partnerschaft wollen aber am ende ist der preis dass du mit dir und deinem leben viel glücklicher bist eine schönere energie hasen wo du auch ganz tolle dinge in dein leben ziehst weil erinnert euch gesetzt der schwingung jetzt sieht dann auch viel positivere sachen an ihr seid viel glücklicher im leben und ja es geht darum eigentlich um euch ja dass ihr zur besten version eurer selbst werdet damit es euch auch gut geht das ist auch wieder selbst liebe ja dass ihr sagt aus ich gehe in die selbst liebe und verlasse diese komfortzone und ja was mal manchmal passiert ist dann wie so dass man wie in so einer wand steht das ist diese sogenannte ich nenne es terror barriere wo wir nicht wissen was erwartet uns auf der anderen seite und ja unterbewusst dann irgendwas passiert wie ja aber das könnte gefährlich da sein ich weiß ja nicht was mich da erwartet also unbewusst unterbewusst passiert das oft ja angst vom neuen und man bleibt lieber oft da wo es sicher ist wo man es schon kennt in das alte bekannte aber da sind wir meistens nicht glücklich ja glücklich sind wir schon wenn wir ja wenn wir uns entfalten wenn wir diesen wachstum erleben wenn wir wirklich zur allerbesten version unserer selbst werden ja das wird dich oder jeden hier viel viel glücklicher machen liebe nicole willst du da auch jetzt was sagen ich habe jetzt hier auch viel erzählt ja was soll ich sagen also mir fällt ja immer so dieses thema manifestation einer viele manifestieren sich ja so extrem viel aber bleiben auf dem hosenboden sitzen kriegen impulse bleiben trotzdem noch sitzen also es ist immer schön dass man sich alles mögliche manifestiert man muss sich dann auch schon den impulsen folgen damit das kommen kann wenn du einen total genialen partner also viele tun sich ja diese extreme partnerschaft auf augenhöhe mit perfekt also alles was es da gibt wie es sein soll das dilemma ist wenn du nicht dort bist wie sollte dieser man begegnen weil du läufst ja weg oder du kannst ja gar nicht wahrnehmen ist nicht eine schwingung palmer redet ja immer von schwingung deswegen ist es gut möglich dass vorne rein wir sind ja im beziehungsthema dass vorne rein die erstmal ganz viele partner auf deiner schwingung geliefert werden damit du erkennst wo der triggert mein selbstwert der triggert meine selbstliebe dann kannst du das alles bearbeiten dann fällt dir auf scheiße ich komme zu schnellen ich komme zu schnellen emotionale abhängigkeit mir stört das total wenn einer 24 stunden nicht antwortet oder das macht mich total kirre diese ganzen themen ich habe gerade was im auge mit weg das auge das heißt ich sehe was nicht das ist total faszinierend ja auf jeden fall bedeutet das wenn dir das auffällt da schreibt jemand 24 stunden nicht zurück dann heißt es auch du kannst keine beziehung finden auf augenhöhe weil du würdest dich total hinschmeißen also hingeben abhängigkeit fanrolle immer ja und amen sagen statt auf dich zu achten was bedeutet da steckt die bindungsangst verlustangst dahinter die man bearbeiten kann dann wird dir der nächste geschickt und wahrscheinlich kommen und gehen die unglaublich schnell wir haben das alle eine zeit lang erlebt also bei mir ist es zum beispiel so gewesen die heilreise meiner seele das war so der spirituelle weg bin erwacht wurde einmal gebrochen alle themen sind weggegangen und dann durfte ich meine neue stärke kommen und lernen wo sind meine grenzen meine selbstliebe mein selbstwert schritt für schritt also alles was wir lernen dürfen haben wir auch selber durchmachen dürfen ich sage immer dürfen zu dem zeitpunkt wo man es durchmacht ist es eher so wie können die nur und echt jetzt und das kann doch nicht sein und also uns ging es genauso keine säuge wir sind da alle gleich also niemand ist anders und es ist auch jetzt noch so wenn die seele sagt bist du schön bei dir aber jetzt können wir mal wieder ein lernthema antriggern gucken wir mal wie sehr du immer noch in deiner selbstliebe bist und dann kommt irgendein thema und dann sitzen wir auch da echt jetzt wollt ihr uns verpiepen ne wirklich ja so ungefähr kommt das dann und ja aber wenn jemand die sich diese diese auflistung macht diesen wunsch des traumpartners abgibt dann ist es nichts wenn du wo ganz anders bist wenn der total in seiner mitte ist und was weiß ich noch und du machst du deinen freudentanz um den rum mit deinen ängsten und deinen panikattacken der denkt sich dann so auch okay eigenes kino also es ist quasi interessant für ihn das zu sehen aber das so kann keine partnerschaft funktionieren ja genau so wenn ich dich unterbrochen habe ja deswegen geht es ja darum wirklich was du jetzt sagst die beste version deiner selbst zu werden an deiner dieses was ich immer sage auch in meinen videos diese innere arbeit machen an deiner selbstliebe arbeiten an dein selbstbewusstsein deine ängste transformieren und dich auf diese frequenz bringen wie nicole und ich schon sagen auf diese schwingungsfrequenz weil wenn dein rad ist wie beim radiosender wenn dein radiosender nicht auf diese frequenz auf keine ahnung hip hop eingestellt ist und du willst aber keine ahnung jazz oder was anderes haben dann musst du auch die frequenz ändern und genauso ist es bei der partnerschaft du darfst dich auf dieser du ziehst nicht das an was du dir wünschst mit diesen manifestieren du ziehst das an was du bist also auf der gleichen schwingungsfrequenz du bist und das ist was wir im coaching und in der energetik auch die nicole machen dass wir euch auf diese ende auf diese frequenz quasi gemeinsam einstellen natürlich musst du auch die arbeit machen wir sagen wir geben dir genau also es ist schon es ist schon so dieses einstellen das hat ja einen ursprung also dieses energetische freiräumen ich muss ich da mal unterbrechen palmer es ist schon so dass es diese energien die er mitbringt die ich entferne die verhindern auch gerne dass ihr überhaupt auch einen wunsch erreichen könnt da könnt ihr manifestieren wie ihr wollt und an euch arbeiten wie ihr wollt ihr dreht euch immer im kreis weil es gibt nun mal auch alte energien die dafür sorgen dass ihr einfach das nicht erreichen könnt na da kannst du es gibt die einen die sind zu bequem aus der komfortzute rauszugehen und es sind die anderen die können einfach gar nichts dafür ne und es ist halt einfach so man geht es dann schritt für schritt vor man wird lehrge vor geräumt von den ganzen energien ich werde auch im letzten termin am freitag noch mal genau erklären was ich mache von von der peak auf von anfang bis ende wieder stattfindet damit ihr das na damit das überhaupt mein grundverständnis ist weil ich glaube ich habe das letzte mal dass er kurz erwähnt mit was das alles zu tun hat werde das am freitag noch mal ausführlich machen und auf jeden fall ist es so dass diese ganzen energien dafür sorgen dass erstens mal du eventuell nicht aus der komfortzone von alleine rauskommt zweitens mal alles noch verstärken also alles aus seinem leben verstärken an ängsten und sonstigen dingen die du erlebst und dann ist es halt so dass man die dinge bearbeiten möchte und funktioniert einfach nicht so dafür gibt es dann menschen die einen helfen und natürlich ist es dann auch so wenn du manifestierst und überarbeitet seine themen man kann ja zum beispiel mit uns auch gleich von anfang an manifestieren und wir bearbeiten dann einfach alles durch die bank weg wobei es dann in die wunscherfüllung geht wenn man an den themen arbeitet und dann automatisch irgendwann die tür aufgeht und das da ist was man haben möchte die volle selbstliebe zu sich selber was bedeutet auf einmal steht der typ vor der tür oder die frau vor der tür und denkst dir jetzt jetzt bin ich in meiner selbstliebe jetzt kommst du bin ich gerade so schön bei mir jetzt habe ich nicht mehr jeden tag zeit weil jetzt brauchst du es auch nicht dass du jeden tag das bedürfnis hast jeden jemanden um dich rum zu haben du nimmst dir deinen raum jetzt auch alleine ohne dabei in mangeldenken in verlustängsten in irgendwelchen negativen emotionen zu sein weil du bist da bei dir genießt sein leben und die beziehung wird von dich dir nicht mehr erzwungen sondern die wächst von alleine die entwickelt sich von alleine man trifft sich mal hier man trifft sich mal da man hat eine schöne zeit zusammen es darf fließen und die komfortzone zu verlassen ist auch so manchmal schickt das universum uns möglichkeiten zwei manchmal vielleicht drei möglichkeiten und dann gibt es das ego und die intuition und interessant ist es so die seele wenn die spricht wo du hingehen sollst kann es sein dass das ego also du kriegst einen impuls geht dorthin gut und dann kommt das ego ach scheiße da wird alles anders ist es doch gerade so schön in meinem leben das sind auch dinge die die komfortzone verursachen dass sie nicht rausgehen können aber was sind denn das für stimmen in eurem ego die ihr da hört das sind ja nicht nur eure gedanken das sind ja auch glaubenssätze oder ihr wollt es bequem haben und meistens ja die bequemlichkeit durch ängste was sind die ängste und diese negativen gedanken die wurden von schmerzemotionen ausgelöst wo vorher eine energie war wenn eine energie also ein schmerz in euer system geht verursacht dass negative glaubenssätze negative verhaltensmuster negative emotionen und wenn irgendeine negative gedanken und wenn einer zum beispiel immer chaos hatte im leben und er ist dann auf seinem weg und er ist gerade zur ruhe gekommen dann kann es sein dass er einfach mal in dem moment sich freut zur ruhe gekommen zu sein aber die seele denkt sich nee wir schicken dir jetzt das neue weil jetzt geht es in deine wunscherfüllung jedoch darfst du dafür die komfortzone verlassen und dort warten dann coole neue dinge auf dich die dich endlich dorthin bringen wo du hin sollst und interessanterweise wenn jemand unbedingt von der seele aus der komfortzone soll dann kann auch folgendes passieren dass alles um dich herum weg bricht alles ich kann da auch ein lied von singen ich habe das auch schon erlebt man hat mir alles genommen weil ich einfach nicht diesen einen schritt gegangen bin den das universum die ganze zeit von mir wollte und dann bricht echt alles weg und das tut weh dann tut das weh und manchmal ist auch der schmerz manchmal muss es richtig wehtun dass die ohnmacht der ängste weg geht die ohnmacht der alten negativen dinge dass das weg geht und du echt die schale bricht siehst der neuen welt ins angesicht also das echt dieses alte bricht und du endlich raus gehst und dafür wenn du das nicht tust und na du kannst dir hilfe holen leicht und einfach wenn du keine hilfe hast ist es so wenn du deine ohnmacht hast du wirst so 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 lange traktiert und es bricht irgendwann alles weg weil aus dem schmerz kommt die größte veränderung und dann gehst du diesen schritt und wenn du es nicht gehst dann hast du pech gehabt dann müsste wahrscheinlich irgendwo naja genau deswegen empfehlen wir mach diesen schritt und das muss nicht wie jetzt muss man sich so weit kommen wie die nicole sagt dass das alles nein das sind die die alleine gehen das sind tatsächlich die die sich keine hilfe holen wenn da das universum den ruf aufsendet und du folgst dem ewig nicht also ich hatte auch autounfälle oder ja bei mir ist auch so in der art gewesen stop rausgeekelt oder sonst irgendwas ja ähm ja ich wurde richtig gepusht also vom universum und aber genau bis man es versteht wenn du sagst ich äh entscheide mich jetzt für mich und ich hole mir vielleicht auch oder ich hole mir hilfe dabei es ist dann einfacher als in dieser zeit wo es einfacher gehen darf die seelen wollen zwar wachsen aber muss das immer so sehen diesen extremen seelen weg also man kann auch wachsen in dem man sich hilfe holt na und das wegräumt leicht und einfach man muss nicht immer auf die harte tour machen wenn jemand das unbedingt immer auf die harte tour will dann kann man auch mal gucken ob es ein inneres kind thema ist der selbstwert dass man sich nicht wert ist hilfe zu holen uns leicht und einfach zu haben ja einmal der selbstwert und einmal dieses sich überhaupt hilfe holen erlauben das haben auch ganz viele ich muss alles alleine machen weil sie immer das als kind schon alleine machen genau dieses kämpfen ja es wird sich auch alles fügen ja ähm wenn du sagst du bist bereit fügt sich alles habe ich auch bei vielen erlebt die wirklich wollten fügt sich alles für die jetzt so auch geld themen haben weil eine das ja auch schon in der gruppe erwähnt hatte also bleibt in vertrauen wenn ihr eine entscheidung trifft dann kommt auch kommt auch alles ja dann auch das universum dafür dass alles da sind die ressourcen und alles was du brauchst wenn du sagst ich gehe jetzt endlich für mich genau und das ist äußerst wichtig und wir wollten heute das video kurz halten deswegen schreite ich jetzt hier ein genau das kriege ich wieder schimpfe weil es zu lang ist deswegen wir halten es kurz weil es gibt noch ganz viele andere genau ja viel freude und wenn ihr uns braucht ähm genau holt euch unsere hilfe am breitag erfahrt ihr alles über unsere zusammenarbeit oder genau und was die nicole macht also bis zum nächsten workshop-tab wir freuen uns auf euch bis zum nächsten Mal 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 bis zum nächsten Mal